Aufgrund von Anschlagsdrohungen müssen wir die Auf-eins-Veranstaltungsserie vorerst aussetzen. Die Veranstaltungen in Greding am 22. Februar und am 28. Februar in Oberösterreich müssen daher aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Ich zitiere aus einem Brief des Eigentümers der Veranstaltungslokalität in Greding in Franken. Wir müssen die Veranstaltung leider absagen, da Stadtverwaltung, Polizei Hillpolstein, Kripo Schwabach, Staatsschutz massiv eingreifen. Um Probleme jeglicher Art aus dem Weg zu gehen und die Gefahr eines Anschlags auf das Hypodrom und deren Mitarbeiter zu vermeiden, müssen wir die Veranstaltung leider absagen. Tut uns wirklich leid. Ich wiederhole, um die Gefahr eines Anschlags auf das Hypodrom und deren Mitarbeiter zu vermeiden, müssen wir die Veranstaltung leider absagen. Im Anschluss an diese Nachricht telefonierte ich mit dem Eigentümer und der ergänzte noch, Herr Glinski, mittlerweile habe ich tatsächlich eine Morddrohung erhalten und habe daraufhin meine Familie in Sicherheit gebracht. Soweit sind wir nun also in Deutschland schon gekommen. Und ja, auch unsere Aufklärungen haben bestätigt, dass es im Darknet, also im Untergrund Internet, bereits konkrete Zielmarkierungen der Referenten gibt und vor allem eine konkrete Bedrohung gegen Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet. Dieses aktuelle Bedrohungsbild lässt es nicht zu, dass wir diese Veranstaltungsreihe durchführen. Auch wenn sich die Drohungen nicht gegen unsere Gäste und Teilnehmer des Treffens richten, wollen wir diese zu keinem Zeitpunkt in Gefahr bringen. Die Zielmarkierung richtet sich hauptsächlich gegen Auf1-Chef Stefan Magnet und er würde die bis auf Restplätze ausverkauften Veranstaltungen trotzdem durchführen, wenn es nur um seine Sicherheit gehen würde. Genauso wie ich, denn wir lassen uns nicht stoppen. Aber Sie wollen wir nicht dem geringsten Risiko aussetzen, darauf legen wir größten Wert. Warum aber werden die Drohungen gegen uns immer intensiver? Das kann ich Ihnen sagen. Es liegt daran, dass auf1 die großen Zusammenhänge zeigt, den wahren Geheimplan und die wahren Geheimgesellschaften offenlegt und nicht nur an Symptomen herumdoktert. Für viele gelten wir als Speerspitze der Aufklärungsbewegung. Offenbar auch für den Deep State, der alles daran setzt, uns zu bekämpfen. Und ja, ich traue mich auch zu behaupten, dass die Angriffe von Seiten des Systems noch intensiver werden. Doch das wird uns nicht stoppen. Wir wussten, dass wir besonders im Visier und im Fokus stehen, weil wir die gesamte Globalisten-Agenda schonungslos in aller Klarheit aufzeigen. Wir wussten, dass wir mit dem Aufdecken von globalen Verbrechen und Geheimgesellschaften mächtige Gegner auf den Plan gerufen haben. Wir wussten, dass wir besonders konzentriert und mutig sein werden müssen, wenn wir diesen Weg gehen. Und wir gehen ihn aus Überzeugung. Wir wussten, dass im Schicksalsjahr 2024 das System mit aller Brutalität den Great Reset vorantreiben will. Und ein Teil des Geheimplanes der Macht-Elite ist es ja, Andersdenkende möglichst einzuschüchtern oder gar mundtot zu machen. Wir haben unsere eigene Strategie, mit Attacken umzugehen. Das System wird erkennen müssen, dass wir uns von keinem Angriff einschüchtern oder gar stoppen lassen. Im Gegenteil. Wir haben schon in der Corona-Zeit bewiesen, jeden Angriff gleichen wir aus und schlagen umso stärker zurück. Sie wollen die Vernetzung verhindern. Wir werden die Vernetzung eben anders organisieren und sicherstellen, dass die Referenten mit den Menschen zusammenkommen. Sie wollen ein Social-Distance-Diktat durchsetzen. Wir werden es durchbrechen. Sie wollen unsere Aufklärungsarbeit bremsen. Wir werden im Gegenzug mit noch mehr Einsatz an unserem konstruktiven Gegenmodell zum globalistischen WEF weiterarbeiten. Die Feinde der Freiheit werden sich wundern, was sie mit diesen Angriffen in Wahrheit erreichen werden. Wir gehen nicht in die Angst. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja, es steht schlimm um unsere Freiheit. Aber das spornt uns nur noch mehr an zu kämpfen. Wir kämpfen und sie unterstützen uns. Gemeinsam sind wir nicht aufzuhalten. Vibratsch in der Welt. Können Sie trotzdem noch sagen. Vibratsch in der Welt. Wenn uns nicht mit stunts sch rheumt truth wird, dürfen Sie bitte nicht. Je darf nicht wissen,